Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Ihr seht, hier steht ein toller Karton auf dem Tisch, der ist mega groß. Und was kann sich daran nur befinden? Das Starter Kit für alle Berater. Und ich habe mir gedacht, also offiziell, das weiß ja noch nicht jeder von euch auf YouTube, aber bei Instagram habe ich das schon mal gepostet, dass ich jetzt ab sofort auch die Produkte mit euch teilen kann. Ich bin nämlich ab sofort Pemperchef-Beraterin und meine Hauptziele sind natürlich ihr. Ich werde euch immer den Katalog unter meinen Videos unten verlinken. Da könnt ihr quasi immer die Produkte euch angucken und mich dann einfach anschreiben. Ich werde hier meine E-Mail-Adresse unten drunter verlinken und wenn ihr irgendwas haben wollt oder Fragen habt zu den Produkten, dann werde ich euch einfach beraten und euch die auch bestellen und sowas. Also ihr habt ja keine Nachteile, über diesen Weg von mir zu machen. Und ich habe mir überlegt, wir machen zusammen ein Unboxing-Video und wir packen zusammen mein Starter Kit aus. Also als allererstes sieht man hier quasi schon mal eine Übersicht, wo alles draufsteht. Schon mal ganz gut. Und das erste, was ich wie immer sehe, ist, dass The Pemperchef wirklich an die Umwelt denkt, denn alles ist in Papier eingepackt. Also in Kartons quasi. Guckt mal, ist das nicht süß? Da steht sogar oben drauf, Willkommen bei The Pemperchef. Ich war schon gespannt, was da drin ist. Also alles quasi zum Bestellen, damit ich eure Bestellung mit aufgeben kann. Wow, dann kommen hier die tollen Handschuhe. Mit denen habe ich schon die ganze Zeit gepokert. Die sind nämlich aus Silikon und sind auch echt angenehm. Die sind ganz flexibel. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, sie zu testen, ob die wirklich diesen heißen Stein aushalten, weil ich bin bei Silikon immer so ein bisschen kritisch. Aber die haben hier von innen nämlich auch noch mal so einen Stoff. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich dann die Lösung ist, weil ich habe auch so Silikonhandschuhe und bin sehr unzufrieden mit denen. Wir werden es testen, würde ich sagen. Oh, und dann gibt es noch eine neue Schürze. Nicht, dass ich schon genug Schürzen habe, aber eine von The Pemperchef. Ich werde die noch auf meine Größe anpassen müssen. Aber vielleicht werde ich in Zukunft auch ein paar Videos mit dieser Schürze machen. Also sowas liebe ich natürlich auch. Ich versuche auch immer, auf Glassachen zu achten. Also, dass ich nicht alles in Plastik mache. Und die hat auch echt eine schöne Form in Eckig. Da freue ich mich auch schon drauf, die zu benutzen. Und da passen 750 Milliliter rein. Das ist ja der Wahnsinn. Und dann denkt man gar nicht, wenn man hier so dieses kleine Teilchen sieht. So, was haben wir noch hier drin? Ich glaube, das ist die Tischdecke. Echt süß. Das ist quasi die Tischdecke. Wenn man seinen Tisch auf dem Abend quasi, auf dem Tisch alles anrichtet, damit auch jeder sieht, dass es sich um The Pemperchef handelt. Und so wie die aussieht, kann man die auch gut abwischen. Weil man möchte natürlich auch beim Kunden nicht alles kaputt machen. Denn die Steine sind von unten rau. Und das ist mir nämlich am Anfang auch passiert, dass ich ein bisschen Sachen zerkratzt habe. Weil es unten durch den Ton rau ist. Und damit vermeidet man natürlich da irgendwie, wenn man da irgendwas am Tisch hin und her rückelt. Dann gibt es hier sogar ein Cuttingboard. Und jetzt denkt ihr, warum brauche ich denn hier so ein besonderes Cuttingboard? Aber das hier oben hat sogar nochmal eine Skalierung. Das bedeutet, wenn ich jetzt irgendwelche Teige zuschneide oder genau gucken will, dass die Größe passt, dann kann ich es einfach hier dran halten. Und dann sehe ich, wie groß das ist. Dann brauche ich nicht nochmal extra irgendeinen Zollstock oder sowas. Oder ein Lineal. Das habe ich mir auch schon öfters überlegt, mal anzulegen. Aber damit hat sich das Ganze dann erledigt. Dann haben wir nochmal einen Karton. Die Nixe. Also die Nixe liebe ich ja wirklich. Die seht ihr ja auch fast in jedem Video bei mir. Also die liebe ich wirklich am meisten. A, besteht sie aus Glas. Ich kann zum Beispiel hier, mache ich ganz oft, wenn man zum Beispiel Pfannkuchen oder egal. Was man macht, wenn man irgendwas quasi schon mal vorbereitet, habe ich hier alles zum Abmessen. Kann dann alles verrühren. Den Deckel, den gibt es ja nämlich auch und der passt auch richtig drauf. Der hat nämlich hier hinten so eine ganz kleine Öffnung. Das heißt, ich kann das hier auf den Griff anlegen. Hier oben festmachen. Und dann hält die komplett dicht. Und so kann ich das Ganze in den Kühlschrank stellen. Und das Glas ist ja nicht nur einfach einfaches Glas. Das Glas darf in den Gefrierschrank. Es darf genauso auch in die Mikrowelle und in den Backofen. Und das ist echt fantastisch. Also gerade diese kleinen Runden, diese kleinen Elfen, die liebe ich total. Und die habe ich auch bei jedem Video, wie ihr seht. Und da freue ich mich, dass ich die nochmal habe. So, und jetzt kommt die Tasche. Also ich muss schon ehrlich sagen, das ist von der Pampershap schon schön ausgedacht. Dass man hier so ein Starterkit sich einfach bestellen kann, wo man quasi die Hauptsachen, die man für so einen Abend braucht, auch noch so vergünstigt kriegt. So, die Tasche. Die ist darauf ausgelegt, dass man hier die ganzen Steine reinmachen kann, ohne dass die kaputt gehen. Und vor allen Dingen kann man die dann quasi einfach hier ganz ergonomisch auf die Schultern hängen. Und hat quasi dann nur diese Tasche mit sich, wenn man auf so einen Abend geht. Und muss dann nicht irgendwie so ein Riesenpaket mit sich schleppen. Das ist echt toll, da freue ich mich. Also der erste Abend kann kommen. Und wenn ihr in meiner Gegend wohnt, dann könnt ihr mich gerne auch mal anschreiben. Denn ich habe mir überlegt, ich werde auf jeden Fall alles, was unter 20, 30 Kilometern ist, würde ich auf jeden Fall so einen Abend gerne mal gestalten. Ansonsten werde ich euch ganz viele YouTube-Videos zeigen. Also mit den Produkten, die ich auch gerne benutze und die ich auch im Alltag öfters benutze. Und nicht nur irgendwas, was man ab und zu mal hat oder was man dann im Schrank hat. Denn ich habe so gewisse Dinge, die ich wirklich, also fast täglich benutze. Also zumindestens immer beim Kochen. Das werde ich euch aber alles sagen. So, auf diesen Löffel bin ich am meisten gespannt. Denn ich benutze eigentlich gerne andere, die sich so richtig schön im Thermomix anschmieden. Aber die sagen alle, das könnte man mit dem genauso. Ich bin mal gespannt. Also man kann den in der Tat hier biegen. Und der ist quasi wie so eine kleine Schöpfkelle. Naja, ich freue mich schon aufs Ausprobieren. Oh, und darauf habe ich mich am meisten gefreut. Ich hätte sie mir nämlich auch schon auf jeden Fall bestellt. Das ist diese tolle Reibe. Die heißt Microprime. Damit schneidet man nämlich richtig wohl den Käse. Die Oberfläche ist auch richtig glatt. Tolles Ding. Dann gibt es hier auch noch den tollen Pizzaschneider. Der ist wirklich absolut fantastisch. Ich zeige euch auch warum. Kann man ja auf den Stein schneiden. Aber man macht seine eigenen Messer total stumpf. Und das will man ja eigentlich auch nicht. Und das Besondere an diesem Pizzarad ist, dass es extra größer ist. Also diese Scheibe ist größer als die normalen. Ach Gott, die Kamera ist wieder kurz ausgegangen. Aber jetzt geht weiter. Hier habe ich noch diesen tollen Schaber. Der ist toll für die Steine. Weil ich habe oft die Silikon... Also ich habe eigentlich alles aus Silikon, weil ich auch viel beschichtete Sachen habe. Und man darf ja nicht die Beschichtung kaputt machen. Deswegen darf man auch mit so einem Teil nicht auf beschichtete Sachen. Aber wenn man auf den Steinen ist, kann man das damit viel einfacher rauskratzen. Also darauf freue ich mich auch schon besonders. Wow, ich glaube der tolle Stein kommt. Ja, das ist der Zauberstein. Man hat quasi auch immer sofort hier die Bedienungsanleitung dabei. Das finde ich auch ganz gut, gerade am Anfang. Wichtig ist, egal was ihr euch auch immer auf YouTube und egal wo anguckt, wichtig ist immer, dass man sich wirklich die Gebrauchsanweisungen komplett durchliest, damit man dann auch auf Nummer sicher geht, dass nicht irgendeiner was Blödes gequatscht hat. So was ist mir auch schon mal passiert. Also immer besser die Anleitung lesen, dann kann auch nichts schief gehen. Bei jedem Artikel kriegt man schon hier diesen Schaber mit, denn die Sachen sollen ja nicht mit Seife gereinigt werden, weil man ja hier quasi die Patina-Schicht drauf macht. Wenn man jetzt irgendwelche groben Reste hat, wie Käse, der festgebrannt ist, dann kann man unter warmem Wasser quasi hier einfach den Schaber benutzen und dann einmal so überall alles weg abkratzen. Und das geht wirklich einbahnfrei. Das werde ich euch auch nochmal zeigen in den Videos, weil da war ich nicht mehr am Anfang auch super kritisch und habe mir gedacht, ob das so klappt. Aber es klappt wirklich ohne Probleme. Seht ihr? Ich finde, das sind schon ganz schön viele Produkte und vor allen Dingen, wenn man weiß, wie teuer die sind. Da lohnt sich das Starter-Kit echt. So, ich glaube, ich hole mal alles hier raus. Ein Lebensmittelaufsatz, da bin ich mal gespannt. Das ist dieser Aufsatz für die Reibe. Wie immer auch eine Gebrauchsanweisung dabei. Und das Tolle an den Reiben ist, dass die immer hier so eine Schiene haben, wo man quasi einmal einrastet. Also ich hatte auch schon andere Reiben und die habe ich alle verschenkt. Hier ist die Reibe. Die habe ich alle verschenkt, weil ich einfach nicht mit denen zurechtgekommen bin immer, weil gerade auf dieser Aufsatz von den Reiben, da gab es keine Raster-Schienen. Dann macht man die hier rein, dann piekst man am besten noch das Gemüse rein. Und ich habe es immer geschafft, das Plastik von diesem Schaber mit abzureimen. Also ich weiß auch nicht. Deswegen war ich irgendwie immer unzufrieden. Und hier ist es quasi genauso, dass man diese Schiene einfach hier so einrastet, dann quasi das anheben kann. Hier das Stück, egal ob es Käse oder irgendwas anderes Hartes ist, dann kann man hier das mit fixieren und dann einfach so. Also ich freue mich schon aufs Ausprobieren mit euch zusammen. Und bei allen Sachen, die richtig scharf sind, hatte Pemperchef immer diese Schutzfolie, die am besten auch, wenn ihr das im Schrank verstaut, mit dran machen, dass man, wenn man irgendwas rausholt mit den Fingern, sich nicht irgendwie noch verletzt. So, was haben wir hier? Okay, sowas habe ich auch schon in der Art, aber nicht mit diesem Griff. Also sowas finde ich immer hilfreich, egal ob man eine Pemperchef oder ob man was anderes hat. Das hier ist nur angenehm, dass man es quasi wirklich hier so mit dem Henkel greifen kann und so machen kann. Und nicht immer, also ich habe solche ähnlichen auch als Edelstahl. Da muss man quasi, saut man immer hier von außen alles ein. Und hier macht man quasi immer den Henkel, hat man den Henkel direkt in der Hand und kann dann hier streuen. Und das ist immer praktisch für Mehl, weil ich mag es nämlich nicht, wenn man gerade irgendwelche klebrigen Teige hat, am besten noch die Finger mit Teig hat und dann in die Mehlvorratsdose geht, dann bleiben immer irgendwelche Reste drin und dann wird das Mehl schlecht. Und deswegen hat man quasi, mache ich immer hier so ein bisschen rein und wenn ich Mehl brauche, kann ich dann einmal so das Ganze dosieren und vor allen Dingen auch immer ein wenig drauf machen. Weil wenn man gerade mit der Hand drüber geht, macht man oft immer ein bisschen mehr und vor allen Dingen, wenn die Finger dann auch noch schmutzig sind. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wovon ich rede. Aber das ist echt, ich liebe sowas. Also mir hilft es in der Küche. So, dann haben wir auch noch den Streicher. Sowas habe ich auch immer als Küchenhilfe in meiner Schublade. Sowas ist immer praktisch, wenn ihr zum Beispiel auch auf dem Flammkuchen diese, egal welcher Belag eigentlich auf Flammkuchen oder ob man so eine leckere Nussrolle macht und egal wo ihr immer diesen Belag dünn auf den Teig verteilen müsst, kriegt man das mit dem Löffel oft nur klumpenartig hin und mit dem verstreicht man das richtig schön. Also das ist echt toll, sowas immer dabei zu haben. Dann gibt es hier auch noch ein tolles, was steht hier? Santoco-Messer. Das packen wir auch mal aus. Davon kenne ich mich, um ehrlich zu sein, nicht aus. Wir werden es mal testen zusammen, würde ich sagen. So, und eine Sache haben wir noch. Ich bin mal ganz gespannt, was es ist. Ah, es gibt zu jedem Starter-Kit, gibt es in jedem Monat irgendwas Besonderes Tolles, was man noch dazu kriegt. Und bei mir ist es dieser runde Stein, der ist ja auch dieses Jahr quasi, glaube ich, rausgekommen. Und darauf freue ich mich auch, denn es ist quasi die Möglichkeit, auch runde Kuchen in der Stoneware zu backen. Die hat eine Füllmenge von 2,8 Litern. Also da freue ich mich. Also egal, ob man leckere Zimtschnecken quasi hier drin backt oder auch einfach so einen runden Kuchen oder auch einfach als Auflochform. Das geht genauso, in rund quasi. Einen Karton hätte ich fast vergessen. Den habe ich euch schon mal bei den Apfelrosen-Video gezeigt. Äh, Apfelrosen. Bei den Kartoffelrosen. Da habe ich diesen tollen Slider hier schon mal verwendet. Und der ist auch quasi wie diese Mikropline-Reibe genauso toll, weil man hier quasi diesen Aufsatz mit hat, den man hier in diese Fuge quasi einmal reinmacht und dann immer gerade hier entlang geht und ganz problemlos schöne Scheiben kriegt. Und eine Hobel ist das meistgekaufteste Produkt in der Küche, wie ich in der Umfrage gesehen habe. Und vor allen Dingen, ich meine, die nimmt nicht viel Platz weg. Man kann das quasi, ich lagere das immer einzeln, damit es flacher ist. Das tue ich quasi immer entweder so oder lege die so nebeneinander im Schrank. Ich habe nämlich so eine längliche Form vom Schrank. Und ich liebe diese Reibe. Die werde ich natürlich, also ich werde alle Produkte hier in meiner Tasche sammeln für die Abende, beziehungsweise auch für die Videos mit euch. Und ich freue mich auf jeden Fall schon aufs Ausprobieren. Also ihr seht ihr Lieben, so kann der Tisch quasi aussehen, wenn man einen Abend gestaltet. Das bedeutet, ich habe hier schon mal diese Tischdecke schön drauf getan und ich muss mir dann keine Sorgen machen, dass ich mit dem Stein den Tisch irgendwie kaputt mache oder zerkratze. Dann kann man sich den Stein schön zur Seite legen. Und man hat in diesem Starter-Kit eigentlich alles, was man zum Beispiel für einen leckeren Flammkuchen oder für eine Pizza braucht. Ihr habt das tolle Schneidebrett mit dem Messer dabei, wenn ihr zum Beispiel einfach frisches Obst und Gemüse, oder Gemüse, je nachdem was ihr halt haben wollt, schneidet. Genauso habt ihr hier auch die tolle Reibe, wenn man zum Beispiel bei Flammkuchen die Zwiebel schön in feinen Streifen haben will. Genauso gut habt ihr für den Käse die tolle Mikropleinscheibe. Und, abgesehen davon natürlich die Kochschürze, die ist auch schon toll, dann könnt ihr euch quasi schon in der Nixe den Teig am besten schon zu Hause vorbereiten, mit dem Deckel zuschließen, am besten dann schon in irgendeine Transportbox reintun, die geschlossen ist, damit die Wärme schön zirkuliert und euer Hefeteig dann schön aufgehen kann, falls ihr Hefeteig benutzt. Genauso gut kann man dann hier diese tolle Glasschüssel nehmen und da zum Beispiel auch, wenn man das zu Hause schon irgendwas mitnehmen will, zum Beispiel eine Tomatensauce oder sowas, oder den anderen Belag, kann man dann quasi hier schon mit reinfüllen. Dann hat man hier den tollen Streicher, um die Soße oder Creme zu verstreichen. Ihr habt den tollen Teigschaber, mit dem man quasi den Teig schön anheben kann und hier auf der Stoneware schön ausrollen kann. Genauso gut seid ihr dann gut vorbereitet und könnt eure, weil am Anfang muss man ja den Stein schön ölen und kann dann quasi, wenn man noch ein bisschen Mehl braucht und der Teig noch zu klebrig ist, noch ein bisschen Mehl draufgeben. Dann habt ihr den tollen Schaber, um das Ganze aus der Schüssel rauszuholen. Und zum Schluss braucht man ja im Endeffekt eigentlich nur die tollen Silikonhandschuhe, damit man sich nicht verbrennt und hat dann hier den Schaber, um es hier schön auf die Teller anzuservieren und das Pizzarat. Und ich finde also dieses ganze Paket inklusive der Tasche, das heißt, ihr kommt echt immer schön ordentlich zu eurem Abend an, habt alles hier drin und könnt alles ganz einfach und gut verstauen und es sieht immer ordentlich aus, wenn ihr zum Kochen kommt. Denn ich finde, Kochen hat immer was mit Ordnung und Sauberkeit zu tun und wenn jemand schmuddelig aussieht oder hier am besten noch schmutzige Sachen mitbringt, würde ja auch keiner von dir irgendwas essen wollen. Und also ich bin echt zufrieden mit diesem Starter-Kit und kann es euch nur ans Herz legen, wenn ihr auch begeistert seid von diesen tollen Pepper-Chef-Produkten, aber euch die ein bisschen zu teuer sind, dann finde ich, ist dieses Starter-Paket echt eine super Variante, um selbst einzusteigen und sich die Sachen selbst zu verdienen. Ist auf jeden Fall ein guter Anreiz. Ich liebe die Produkte, ich freue mich schon auf ganz viele Videos mit euch, wo ich euch quasi meine Begeisterung für die Steine zeigen kann. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn wieder Crizzle Time ist.